Direktvertrieb – mobil, modern, menschlich. Das ist der Slogan der Direktberater und Direktberaterinnen im Handel. 2011 haben wir die Menschlichkeit im Vordergrund gestellt und das Projekt Ihr Direktberater hilft direkt und menschlich zu Gunsten Licht und ins Dunkel ins Leben gerufen. Wir konnten mit kleineren und größeren Projekten dann knapp 31.000 Euro Licht ins Dunkel übergeben. Seit 2012 haben wir eine Kooperation mit die Möwe Kinderschutzzentren. Dabei geht es um Präventionsworkshops in den Grundschulen in Niederösterreich, die wir finanzieren. Das Thema dieses Workshops ist das sexuelle Misshandlung, Gewalt in den Familien. So ein Workshop kostet rund 1.000 Euro und wir konnten bereits 26 Schulen mit einem Scheck beteilen. Heute fehlt der Startschuss für eine neue Challenge und zwar die Direktberater Box Challenge zugunsten von Möwe Kinderschutzzentren. Bitte unterstützen Sie durch Ihre persönliche Challenge das Projekt und vielleicht wird dadurch ein zerbrochenes Kinderherz auf Lebzeiten vermieden. Ich darf heute mit großer Freude den Startschuss geben zur Direktberater Box Challenge Go! Jetzt die Spielregeln für unsere Box Challenge. Ziel ist es, möglichst viele unserer Kisten in die Ansteckvorrichtung, die wir dafür gebaut haben, hineinzustecken. Es stehen insgesamt 40 Kisten bereit und zwar an einem Platz mit 8x5 Kisten. Also 40 gilt es, die man maximal hineinstecken kann. Es gewinnt das Team, was mehr Kisten hineinsteckt oder bei Gleichstand das, was besser ist in der Zeit. Insgesamt dauert die Box Challenge 4 Minuten. Und wie das Ganze wirklich läuft, sagen wir gleich alle live. Wenn das Kommando fällt, Direktberater Box Challenge Go! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018